Also ich hab's dabei aufgenommen zum Grillen, sorry. Achso, na passt schon. Ich dachte nur wir haben keiner mehr. Nur da haben wir kein Holz. Wir steuern auf eine Insel zu? Ja, sehr gut. Uh, der hat das gut, der hat gut gegeben jetzt nochmal. So, ich kümmere mich für das Holz, für, für das, äh, für das, für das Feuer, okay? Warte, wieso geht das jetzt nicht? Weil du den Haken noch draußen hast. Danke, hab ich jetzt auch gemerkt. Lass den Profi ran. Alex, ich hab das, äh, vorher angemacht. Ich hab die Kartoffel gegessen, es hat nichts gebracht, als wenn die Luft wär. Ähm, ich kümmere mich, ich schau das, ähm, ich baut's aus, Alex, würde ich sagen. Und ich kümmere mich darum, dass immer genug Planken sind für die, für die drei Stellen, die wir haben. Wir füllen Palmen, zum Ausbauern. Für was, Palmen? Palmen, ja, für die Netze. Wir kriegen Palmen oder Seile? Ja, Seile. Aber, wenn eins und den Kopf hat acht, zahle ich gleich. Palmen und Blätter krieg ich auch auf den Insel. Wir sind wohl langsam, entweder. Wir würden wirklich gerne auch eine Angel machen. Wieso bringen die Kartoffeln nichts? Die Gebratenen. Aua, aua, das ist lost. Ich hab kein Wasser. Aua, da liegt was komisches im Wasser, was ist das? Ach so, ein Planck, okay. Ich geh wiederholz hacken, ja? Ja. Aua, da könntest du alle ernten, zum Beispiel. Irgendwie kann man Schilf, also wir brauchen noch irgendwie so klebrige Dinger. Für den Bogen zum Beispiel oder so. Es gibt halt irgendwie Sachen, ich weiß nicht, wie man die noch abbaut. Mango habe ich gekriegt, aha. Kann man die... Okay, die kann man auch nicht anbauen, anscheinend. Wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Dreckshai, oder? So, ich bin ready. Wieder war nicht zu viel auf der Insel, ein bisschen Holz. Das lege ich dann gleich in die Kiste ran. Kann ich eigentlich noch irgendwas drauflegen? Kartoffeln? Kann ich eine Mango, kann man eine Mango braten? Nein. Eine Kokosnuss? Nein. Ah, wir haben eh noch genug, sehe ich gerade Kartoffeln, alles klar. Ich habe ja gerade geantwortet. Ja, passt hier. Seile brauchst du auch, Alex? Seile brauche ich halt, das ist das meiste, ich brauche acht Seile. Komm her, wo bist du? Soverein. Bede? Soverein. 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 Bede? Soverein. 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 Und während ihr die Sachen da macht, schau euch, dass ihr ein bisschen was Essen rankommt. Gebraten. Was trinken jetzt? So ein Hei könnte mal wieder sterben, finde ich. Ja. Ich will sehen, ob man irgendwann das Floß auch drehen kann. Das glaube ich nicht. Man muss immer irgendwo auf einer Insel so aufprallen, dass ich es drehe. Ah, sie ist gedreht oder was? Ja, sie hat sich nämlich bei der Insel gedreht. Aber warum willst du es drehen? Ja, dass wir nur auf einer Seite die es jetzt nutzen können. Weil jetzt fahren wir quasi immer gerade mit diesen Abfangdingern rein. Oder wir bauen einfach so noch rum. Das ist glaube ich das, was wir machen werden. Was sie macht, glaube ich. Dann baue ich das da noch eins dran. Und dann rüber. Da haben wir eins, zwei, drei, vier, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, und fünfzehn. Was dann, fünfzehn, vierzehn. Was dann, fünfzehn, vierzehnte. Was ich halt einfach gern hätte. Ein bissl, äh, ein bissl, äh, Holz, äh, Metall jetzt einmal. Ich denke schon. Wahrscheinlich eher auf dieser Insel, die schwieriger ist, hast du? Ja, einen Meter rechts der Insel sehe ich gerade. Echt? Echt? Haben wir jetzt schon genug Holz zusammen? Für? Für, äh, für die, für's Schiff. Schiff? Äh, äh, für die, für die Auffang, behält aber nicht. Ja, die mache ich ganze Zeit so zwischendurch. Ich glaube, wir werden, was halt am meisten fehlt, ist, ähm, wie gesagt, Zeile. Am Holz mangelt's nicht da. Ja, stimmt. Passiert nur. Ein paar Holz oder so. Das sind halt acht Zeile. Du kannst eh deinen Angelschnur machen, Norbert, gell? Bitte? Du kannst eh dein Holz für deinen Angelschnur verwenden. Es ging nun ums Reparieren. Aber Angeln kannst du ruhig schon vor, äh, na? Vorausbau nehmen, sag ich mal. So, ich habe jetzt mal Holz reingelegt. Weißt du, was ich schade finde? Wenn du die Sachen entfernst, sind die dann kaputt? Nein, dann kannst du sie verstellen. Ah, okay. Sehr gut. Weil dafür hatte ich hier ein bisschen angstlicher, ich bin. Holz und Seile sind da drinnen. So. Holz und Seile sind da drinnen. Aber wie gefällt euch das Spiel? Aber wie gefällt euch das Spiel? Also ich meine, alles gefällt sich. Aber wie gefällt's dir? Norbert? Ja, wenn ich nicht so oft das Lost bezeichnet werde, ganz gut. Aber du hast ja selbst in der Hand. Wenn du zum Spiel dauernd isst, anstatt zu trinken, weil du Durst hast. Also weißt du, was ich meine? Du hast Durst, aber isst. Kartoffeln weg. Zum Beispiel. Beim Fischen durch ein... Achso, ich muss ein Köder auswählen. Dann brauchst du nicht. Geht auch ohne Köder, dauert nur länger, glaub ich. Oder findest du kleinere Fische. So. Hab ich da jetzt schon überall Wasser? Na, hab ich nicht. Okay. Zack, zack. Okay, passt, war jetzt aber nix. Ich muss sagen, es macht super Spaß. Also mir gefällt's bisher sehr gut. Ja. Gut, jetzt haben wir schon auch sehr gut gefallen. Aber es macht halt auch nicht so viel. Vor allem, ich finde, es ist sehr entschleunigt. Und dann die Story auch noch verfolgen. Jetzt da hinten ist auch ein Floß. Dann als nächstes. Ja. Gehen wir wieder auf die Insel ab, oder? Ich bleib wieder da. Hüte unser... Ich meine, Norbert kann nicht mitkommen, wenn er will. Aber es gibt halt eigentlich nichts auf der Insel. Außer Holz. Bis jetzt zumindest. Nur wieder essen. Hast du geile Fische gefangen, oder? Einen hab ich gefangen dabei, ja. Aber dann musste ich mich kurz ums... ...selber Hummi Hummi kümmern. Und trinke, trinke. Ich frage mich, was dieses bringen soll. Farbe interessiert mich nüsse, oder? Dekoration? Um Essen musst du suchen. Man muss eh genug da sein eigentlich. Und trinken auch nicht. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Mit einem Rezept. Alles klar. Kann ich das jetzt lernen? Okay. Kann ich nicht lernen? Ich habe einen Bolzen gefunden. Das ist wichtig. Oh shit, ich bin voll. irgendwas kann ich mir kommen padel bräuchten scheiße wenn wir den topf wo wir drinnen kochen können dann kann ich anscheinend können wir anscheinend einen gewissen topf kochen der mehr bringt da können wir dann noch zwiebeln und so dazugeben nein brauchst du nur du brauchst nur vier mal kartoffeln und vier mal kommen weil wir haben schon langsam weg ja ich bin schon da ich schaue mal okay den bolzen haben wir vorstabil muss ich das dünne erforschen an zum kochen alter für das bräuchert auch an tings an wahrscheinlich oder metallbahn er sind irgendwie tricky noch zu kriegen das stimmt vielleicht machen warum das falsch was denn warum ist fast weg schnapp wenn ich seh wurscht mal lau jetzt werde ich auch noch was die wurscht survive seven days haben wir neues spiel gestartet oder was vielleicht kommt jetzt eine horde von ein jetzt wäre interessant dass wir das dann eben die aufhalten das floss das ist eine gute idee weil dann gehe ich da mal rüber die perfekte lage finde ich so kommt jetzt so viel eigentlich in unser stimmt ja ich hätte dann wieder viele seine für dich auch ich hätte dir in die rechte kiste ok fässer kommen aber nicht rein anscheinend oder fässer ja warte alles muss ein bisschen rüber ich schwimme rüber schnell endlich was habe ich jetzt bekommen jetzt habe ich dieses kletterdings bekommen kann ich jetzt das diesen tupf machen fässer haben wir jetzt auch ich hätte gerne noch eine reihe dann wenn das ok ist irgendwo dass ich auf bete platzieren kann ok ich habe die fische schon in das dinge gegeben wir können es auch verwenden ich brauchte aber keine aber danke nur das falls ihr hunger habt das ist da mal da drinnen der fisch ja ich kann dir halt nur kunststoff geben holzplanken habe ich keine wer braucht für was brauchst du was ja weil du sagst wir gerne ausbauen holzplanken habe ich keine ich habe holzplanken achso ich kann dir kunststoff für mich geben ich habe holzplanken kunststoff habe ich jede menge ins lager gelegt eigentlich habe ich hier auch selbst welcher für mich drauf ich wollte nur angeben nein aber so das war es wieder mit der mit der blanke also mit der mit der dings äh mit der angel ja ich gehe gleich runter mit dem ausi ich gehe gleich 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 hasi ja gleich wenn er so essen ein riesengroßes bunny und vierbeiniges ist doch noch roh wer ist roh rohe fische sind da drin die kann man gleich im grillhaut eigentlich achso die habe ich gar nicht gesehen ich würde das trotzdem nicht so ausbauen Alex ich würde das vielleicht trotzdem ein bisschen kompakter halten weil wenn da hinterher du angetackiert brauchen wir bis wir drüben sind wenn du das so baust also dass wir da irgendwie rüber gehen können ja aber wenn du da glaube ich eh die planke immer die äußere zwingen ok denke ich ja mal das ich will das eigentlich so probieren aber es ist ganz gut was du machst weil er sammelt schon urviel mittlerweile ich weiß und ich möchte da jetzt ums Eck bauen dann ist egal in welche Richtung wir fahren und dann und dann würde ich gerne einen höheren Stock bauen dann können wir da auch ein bisschen zentraler dann aber sie ist ach das wird geil ich liebe dieses projekt jetzt schon weil rundherum brauchen wir sie eigentlich nicht wir brauchen sie auch nur aus zwei Seiten entweder nach links oder nach rechts und da hinten ist eine Kiste die wir nicht erwischen kommt der eh zu uns nein kommt der eh zu uns nein kommt der eh nicht zu uns aber es war ein extrem besonderes leider aber ja so kommt jetzt dann mal die Standardressourcen ein bisschen rein durch das Auffangdinger das Floß ausbauen ist dann auch nicht so das Thema also Standardausbau normal hm also Essen und äh und so kommt eigentlich gut rein jetzt mittlerweile ja ich habe jetzt auch zwei große Bete da gebaut das heißt das sind auch ah Ananas genau ja jetzt brauchen wir mal die Ananas an wahrscheinlich auch ja ja genau da wird auch Wassermelone gehen und dann brauchen wir irgendwann ein größeres da brauchen wir halt ah das größere könnte ich eigentlich schon machen dann könnte ich uns warte mal ich schau mal was ich brauche für das größere äh ich brauche ich nur ein viermal Seil viermal Seil ja das können wir jetzt erstmal für den Anfang so provisorisch inbauen wir können das eh alles umstellen später ja dann haben wir oben so oder hinten dann brauche ich Nägel sechs Stück ja das hat ein riesig paar andere Floß hat irgendwer noch Nägel da hat irgendwer die Urfestung an Bord ja ich brauche drei Stück Nägel oder einen Schrott wenn ihr habt zwar da leider nichts das ist runtergefallen einen Nagel habe ich bekommen ja ich habe die zwei schon achso achso ah danke warte das war noch einer ja 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 danke so und jetzt da brauche ich noch jetzt brauche ich noch zweimal Blanke ja ja das ist okul dadurch brauchst du jetzt auch nicht mal ganz am Boot dich nur noch aufs äh Dings konzentrieren sondern kannst auch andere Dinge machen eine plage bräuch aber schon habe ich gehabt gut ich würde aber sagen ja ich tue nur kurz noch daten ich wollte nur kurz da noch den den baum platzieren die auffang dinge werden nicht kaputt oder nur wenn der heiß kaputt macht ja außer ja aber okay gott dank halt so sehr und so bitte also von mir gehört das ist ein speichern ob sie ich glaube alles braucht noch kurz so gespeichert passt na gut war nice das ist